Du hast Lust, die Welt zu verändern. Zum Guten natürlich. Du bist bereit zu helfen, wo du kannst. In der Mission, im Ausland, vielleicht aber auch zu Hause, eine Band gründen, Missionscafé, Online-Ministry. Aber bevor du startest, eine kurze Frage. Wie willst du die Welt verändern, wenn du dein Zimmer nicht aufgeräumt bekommst? Ja, du weißt, was ich meine. Mir geht es natürlich nicht um dein Zimmer. Simson ist eine Geschichte, die für mich ganz klar prophetischen Charakter hat. Und die ist wie geschrieben für unsere Zeit, für unsere Generation. Und wir starten jetzt gerade in die zweite Episode. Die erste Episode hatte vier Teile. Und bei jedem Teil haben wir uns eine Frage gestellt, Bezug auf die generelle Situation in der Christenheit. In Teil 1 hatten wir gesehen, dass es ein Problem geben muss. Wir haben uns einfach die Symptome angeschaut und haben dann Rückschlüsse gezogen daraus, radikal. Und Teil 2, was Teil 2 charakterisiert hat, war die Frage, was ist denn das Problem? Und wir haben gesehen, das waren die Philister. Das war ein Bild von religiöser Vermischung und allgemeinem Hedonismus. Und Teil 3 war dann die Frage, das war eine sehr logische Folgefrage, wie ist es denn dazu gekommen? Und wir haben gesehen, dass es daran lag, dass wir Spannungen vermeiden wollen. Und dadurch haben wir ein falsches Gottesbild bekommen. Und in dem vierten Teil haben wir dann gesehen, was die Lösung ist. Das ist Gottes souveräne Eingreifen in die Geschichte, indem er uns zurückbringt zu einem wahren, echten Gottesbild. Okay? Und vielleicht siehst du, das ist jetzt ganz klar vor deinen Augen, ja. Du siehst die Missstände und du willst am liebsten sofort losrennen und sofort alles ändern. Und viele haben das auch wirklich getan und haben da eine blutige Nase bekommen. Oder haben sich dermaßen verirrt, dass sie selbst ein Hindernis geworden sind für das Werk Gottes. Und du kannst jetzt vielleicht denken, okay, soll ich dann gar nichts tun? Doch. Aber wir müssen ja nicht unbedingt alle Fehler machen, die die Personen vor uns gemacht haben, ja. Wir können ja von anderen lernen und Simson ist dafür echt ein super Paradebeispiel. Ja, wir lesen uns jetzt unseren Text hier vor. Und zwar lesen wir in Richter 13, Vers 24, ja. Gehen zu Richter 13, Vers 24 ab. Und die Frau gebar einen Sohn, und sie gab ihm den Namen Simson. Und der Knabe wuchs heran, und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben, von Machane Dan, zwischen Zora und Eschatol. Und Simson ging nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sprach, Ich habe in Timna eine Frau gesehen, von den Töchtern der Philister. Und nun nehmt sie mir zur Frau. Und sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm, Ist unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen, von den Philistern, den Unbeschnittenen? Und Simson sprach zu seinem Vater, Diese nimm mir, denn sie ist recht in meinen Augen. Sein Vater und seine Mutter wussten aber nicht, dass es von dem Herrn war, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Und in jener Zeit herrschten die Philister über Israel. Ja, das Erste, was hier nochmal gezeigt wird, ist, dass Simson unter dem Einfluss seiner gottesfürchtigen Mutter erzogen wurde. Wie sie die Gottesfurcht gelernt hatte, das haben wir schon in den anderen Videos besprochen. Aber einen Punkt möchte ich hier nochmal hinzufügen. Und zwar, dass sie sich selbst getrennt hatte von dem Wein, also sprich Hedonismus und vor allen Dingen von allen Dingen, die unrein waren. Also diese religiöse Vermischung. Und sie selbst hatte das also ausgelebt und dann an ihren Sohn weitergegeben. Sie hat ihn geprägt und das sieht man auch, dass sie den Namen gegeben hat. Simson, die Sonne. Und Gott hatte das gesehen und er hat es dann auch noch gesegnet. Und meine Frage an dich. Weißt du, wie gesegnet wir sind? Du bist wahrscheinlich in Europa geboren. Europa wurde in den letzten 500 Jahren so gesegnet wie kaum ein anderer Kontinent mit dem Evangelium. Und du hast vielleicht Jesus Christus finden können. Du hast seine Wahrheit verstanden. Vielleicht bist du sogar in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Ja, schon als kleines Kind. Vielleicht aber auch nicht. Ja, wie es auch immer sei. Du hast auf jeden Fall jetzt Jesus Christus gefunden. Und du hast Gesundheit und du hast Kraft. Sonst wirst du es wahrscheinlich hier nicht anschauen. Und deswegen bist du gesegneter als ein ganz großer Teil der Menschen auf dieser Welt. Und meine Frage an dich ist, was machst du mit diesem Segen, den wir von Gott bekommen haben? Ja, bei dem Simson hat das was ausgelöst. Er wurde getrieben. Da war wirklich was los. Der wollte was machen. Der merkte einfach, da brodelt etwas in mir. Und das war der Heilige Geist, der in diesem Mann wirkte. Zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist natürlich noch nicht auf der Erde, so beständig wie das heute der Fall ist. Sondern er trieb immer einzelne Personen. Und wie das genau aussah, das sehen wir hier bei dem Simson. Der Simson, der lebte an der Grenze zu den Philistern. Der sah also Tag aus Tag ein, sah der die ganze Zeit dieses Elend, was diese Herrschaft mit sich brachte. Und da hat er sicherlich sehr, sehr drunter gelitten. Und vielleicht siehst du auch total viele Missstände in deiner Gemeinde oder in der Christenheit. Und du leidest darunter. Und das ist auch gut so. Jesus Christus hat gesagt, glückselig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Aber bevor du jetzt Hals über Kopf losstürmst, musst du erstmal trainieren. Ja, der Simson, der wurde getrieben, ja, und zwar wurde er getrieben hier, da steht das in Machanedan. Ja, was ist das? Das war wahrscheinlich, war das ein Militärlager. Ja, das war ein Militärlager, das sehen wir dann in Kapitel 18, denke ich, ist das, wo wir sehen, dass da von Kämpfer ausgingen von diesem Ort. Ja, also er hätte eigentlich trainieren sollen, ja, und übrigens auch wir heute sind in einem Kampf. Wenn du zum Beispiel 2. Korinther 10, ja, dir durchliest, da steht ja, dass unsere Waffen, ja, oder die Waffen unseres Kampfes, die sind nicht fleischlich. Der Paulus, der sagt in 2. Korinther 6, ja, dass wir die ganze, sorry, Epheser 6, ja, sagt er, dass wir die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen sollen. Und der sagt auch einmal zu dem, ähm, zu dem Timotheus, ja, das war sein, sein junger Protégé, ja, hat er gesagt, verwickel dich nicht in die Angelegenheiten des Lebens, genauso wenig, wie das jemand tut, der Militärdienst tut. Ja, also vielleicht spürst du jetzt diesen Schmerz. Du verstehst, dass irgendwas auch, ähm, in der Christenheit schief liegt und dass es, dass es auch Kampf bedeutet, wie wir gerade gesehen haben und natürlich geistlicher Kampf, das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt denkst du, los geht's. Nein. Warum? Der Geist ist willig, auf jeden Fall, ja, aber das Fleisch ist schwach. Und das ist zuallererst, was wir erstmal tief, tief, tief lernen müssen, ja. Der Simson, der hat sich gesagt, ich pack das schon, ja. Und er hat dann wirklich, das werden wir auch sehen, diese ganzen Story, ja, dass der wirklich lernen musste, weißt du, was der Apostel Paulus gesagt hat in Römer 7, ja. Der sagt, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch oder Körper, kann man sagen, auch nichts Gutes wohnt. Ich weiß, dass in mir, in meinem Körper nichts Gutes wohnt. Das müssen wir erstmal, äh, verstehen. Und vielleicht, weil das einfach so ein fundamentales Thema ist, vielleicht mal ganz kurz, äh, öffnen wir da mal einen kleinen Klammersatz, ja. Ja, der Mensch, der besteht aus Geist, Seele und Körper. Das sagt uns 1. Thessalonicher 5. Und der Simson, der hatte zwar nur, äh, temporär jetzt den Heiligen Geist, weil es noch im Alten Testament war. Und jetzt, wir stehen natürlich nach dem Kreuz, ja, und jedes Gotteskind hat den Heiligen Geist für immer in sich wohnen, ja. Wie bekommst du den? Durch die Buße, indem du mit deinen Sünden brichst, im Bilde gesprochen, und dann zu der anderen Armee, ja, überläufst und dem, dem Bösen den Krieg erklärst, ja. So. Es ist aber nicht so, dass der, dass der, ähm, also der Heilige Geist, der arbeitet zusammen mit dem Wort Gottes in dir, in deinem Körper, ja. Ja, und wie kommt dieses Wort Gottes rein in dich? Durch deine Ohren oder Augen, ja. Und das ist ganz elementar. Denn wenn du keine Wahrheit aufnimmst, wenn du nicht liest, Augen, ja, oder eine Predigt hörst, dann kann der Heilige Geist nicht wirklich in dir arbeiten. Er braucht dieses Wort, ja, um in dir zu arbeiten. Und wenn du sündigst, dann wird er sogar gedämpft, ja. Ja, das heißt, äh, das kann wirklich so weit gehen, dass er kaum noch irgendwas mit dir anfangen kann, ja. Aber wenn du den Heiligen Geist bekommen hast, dann passiert noch eine weitere Sache. Nämlich, dass du plötzlich merkst, dass der Feind nicht nur von außen kommt, sondern dass er in dir drin ist, ja. Das ist ein bisschen komisch. Aber das ist genau das, was der Heilige Geist bewirkt. Der bewirkt diese plötzliche Unterscheidung, die wir sehen, ja. Du merkst plötzlich, dass da ein Fremdkörper in dir drin ist. Und der Heilige Geist bewirkt außerdem, dass du anfängst, dieses Böse in dir zu hassen. Du tust etwas, was du nicht tun willst. Und du fängst an plötzlich, dieses böse Gesetz, was in dir drin ist, zu hassen. Und wisst ihr, was man das nennt? Diesen Vorgang des Hassen, des Bösen? Das nennt man die Furcht Gottes. Die Furcht Gottes ist das Böse zu hassen, sagt Sprüche 13. Und das Gute zu lieben. Und das bedeutet, Gott zu erkennen, ihn mehr und mehr zu erkennen, ja. Du merkst plötzlich, da ist ein Fremdkörper in dir drin und der Heilige Geist beginnt dann, dieses Böse zu hassen, ja. Und dadurch bekommst du Erkenntnis Gottes, ja. Wir leben also durch den Geist und sündigen immer wieder. Und das bedeutet auch, durch Glauben zu leben, ja. Nicht durch Schauen oder durch Sehen. Den Heiligen Geist kannst du nicht sehen, ja. Und das ist genau das Ziel der Schule Gottes, ja. Dass du nicht mehr durch deinen Körper dich leiten lässt, sondern dass du auf Gott vertraust. Den Heiligen Geist, der dich leiten will, ja. Und das ist nämlich jetzt genau das Problem, ja, was wir hier sehen. Und das Problem, was wir sehen zwischen den Versen, den letzten Vers vom Kapitel 13, den ersten Vers vom Kapitel 14, ja. Der Geist treibt, aber Simson hört nicht drauf und er bewegt seinen Körper ganz woanders hin. Und das geht schief, ja. Genauso wie wenn du mit weißen Klamotten durch ein Kohlebergwerk läufst, ja. Und dich dann hinterher wunderst, dass du alles voll schwarze Flecken bekommst. Der Simson, was macht er hier? Der Simson, der geht nach Tinder, ja. Ja, der geht nach, ähm, der geht nicht nach Tinder, der geht nach Timna, ja. Aber der Vergleich ist sehr gut, der Vergleich ist sehr gut, ja. Er geht nicht nach Tinder, er geht nach Timna, ja. So. Und du könntest dir jetzt denken, wir gehen zurück zur Geschichte, ähm, du könntest dir jetzt denken, ja, das ist doch nicht verboten, oder? Er darf doch nach Tinder, nach Timna gehen, sorry. Nee, ist kein Problem, ja. Ist kein Problem, nach Timna zu gehen. Und diesen Ausdruck, den müssen wir eigentlich erstmal speichern, ja. Der ist nämlich richtig gut, dieses, das ist doch nicht verboten, oder? Der ist eigentlich super wichtig. Warum? Weil es den Schlüssel wirklich gibt zu dem Problem vom Simson, ja. Ja, und es wird vielleicht auch dein Problem heute entlarven und dir wirklich helfen, weiterzukommen im geistlichen Leben, ja. Es ist nicht verboten, aber es ist der erste Schritt, äh, Schritt, den er macht, ja. Genauso ein bisschen wie, es fällt mir gerade ein, wie die Geschichte von Lot, ja, wenn du vielleicht die Story kennst. Der ging in Richtung von Sodom. Das war eine total korrupte Stadt. Und am Anfang lebt er nur in der Nähe, ja, und am Ende war er mittendrin. Du kennst das, kleiner Finger und dann die ganze Hand. Es ist nicht verboten, aber es ist der erste Schritt. So, und, und was, und was sehen wir, und was sehen wir dann als, was passiert dann als nächster Schritt, ja. Der geht runter nach, nach, äh, Timna, ja. Ja, und was der macht, ist im Endeffekt, was auch zum Beispiel Römer 13 sagt, ja. Römer 13 sagt, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch. Was heißt das? Das heißt, du sollst keine Vorkehrungen treffen. Warum? Weil der Vers halt war, treibt keine Vorsorge für das Fleisch zur Befriedigung seiner Begierden. Das heißt, du, erst kommt die Vorsorge und dann sündigst du, ja. Ja, im Beispiel ausgedrückt, das ist wie wenn du Nutella auf deinem Brot streißt, ja, und sagst, ich will es ja nicht essen, ich will es ja nicht essen. Und im Endeffekt isst du es doch, ja. Oder abends 10.30 Uhr kurz nochmal auf YouTube. Nur auf YouTube. Ja. Und dann weißt du, was passiert. Was macht der Simson? Oh, ein Problem. Auf geht's nach Timna. Okay, wir gehen da runter. Er geht nach Timna hinab. Ja, das will auch was heißen, ja. Er geht nach Timna hinab, heißt es da. Wie der Mann zum Beispiel, der auch nach Jericho ging. Und dann unter die Räuber fiel. Vielleicht kennst du die Story nicht, aber da geht es auch abwärts, ja. Es geht immer, wenn etwas abwärts geht, dann will das was heißen in der Bibel. Ja, die Bibel ist sehr, sehr vielseitig. Und das zeigt uns etwas. Er ging nach Timna hinab. Das ist ein Vorzeichen. Ja, auch in deinem Leben gibt es Warnsignale. Zum Beispiel Müdigkeit, Hunger, ja. Dass du kein Erfolgserlebnis an einem Tag oder so hattest. Und alles Warnsignale, hopp, du bist in der Verfassung, die vielleicht in die falsche Richtung gehen könnte. Und was sollst du dann in diesem Augenblick machen? Durch den Geist Selbstbeherrschung lernen. Und wie macht man das? Ja, Psalm 119 sagt, wende meine Augen ab, sagt der Psalmist da. Wende meine Augen ab, dass ich nicht Eitles sehe, belebe mich nach deinen Wegen. Wende meine Augen ab, damit ich nicht irgendwelche Sachen sehe, irgendeinen Schmutz sehe, irgendwas, was mich nicht vorwärts bringt. Ja, oder der Hiob, der hat das auch zum Beispiel gesagt. Der hat gesagt, ich habe mit meinen Augen, habe ich einen Bund gemacht. Ja, und wie hätte ich auf eine Jungfrau geschaut? Damit will er einfach sagen, er hätte jemanden lüstern angeschaut. Ja, und vielleicht sagst du jetzt, das habe ich schon tausendmal gehört, das klappt aber nicht. Ja, weil du es versuchst, in deiner eigenen Kraft zu tun. Du versuchst, über den Körper das zu machen. Ja, du sagst, ich mache das nie wieder. Und genau deswegen, ja, haben wir jetzt hier noch einiges vor uns hier in dieser Geschichte von Simson. Ja, das wird dir klar werden, glaub mir das, ja. Es wird dir klar werden, das Wort, das Wort ist lebendig. Und es wird zu deiner Seele sprechen. Wenn du wirklich mit ganzem Herzen das willst und radikal in deinem Leben aufräumst, das ist ganz, ganz wichtig. Denn eine Sache ist ganz, ganz klar. Wenn du in offensichtlicher Sünde oder wenn du offensichtliche Sünde in deinem Leben zulässt, ja, also Dinge, wo du genau weißt, dass sie falsch sind, dann wirst du nie freikommen. Das ist, das sagt die Bibel ganz klar. Genau wie Simson, ja. Der wusste ganz genau, dass Timna kein guter Ort war. Aber er spielt halt ein bisschen mit dem Feuer. Und zack, sieht er eine schöne Frau. Und wodurch hat er die gesehen? Durch den Heiligen Geist? Nee, durch seine Augen. Und das ist ganz wichtig. Seine Augen. Aber weißt du, was ich richtig klasse finde an dem Simson, das ist, dass der Simson, der geht zu seinen Eltern und sagt denen genau das, was er will, ja. Der macht nicht irgendwie, der spielt nicht irgendwie Spielchen oder so, ja. Der ist wenigstens ehrlich, weil viele von uns, wir sind noch nicht mal das. Und die Eltern sind natürlich dann herzlich wenig beeindruckt, ja. Wir sehen Vers 3. Und ja, die stehen dann davor, denken sich, okay, eine Philisterin, ja. Was willst du mit der denn? Und es ist super interessant zu sehen, was die für eine Antwort geben, ja. Man könnte nämlich denken, dass die beide am Sprechen sind. Aber es gibt da ein kleines Wort, ja, was uns zeigt, dass nur eine Person spricht, ja. Und das ist das Wort meinem, ja, meinem ganzen Volk. Und ich glaube nämlich ganz, ganz fest, dass hier die Mutter spricht, ja, die Geistlichere. Denn danach steht explizit, dass der Simson sich dann an seinen Vater richtet, ja. Und das kennen wir alle, wir alle kennen das von unseren Eltern sehr, sehr gut, dass wir genau wissen, von wem wir was bekommen. Und dann steht da ein sehr, sehr interessanter Vers, ja. Ein sehr interessanter Vers, dass seine Eltern, dass sie nicht wussten, dass es von dem Herrn war. Und jetzt könnte man denken, ha, siehst du, die Eltern waren total ungeistlich. Und manchmal fährt Gott einfach Offroad. Aber wir müssen uns die Sache im Detail angucken, ja. Denn in 2. Mose 34, da steht Folgendes, ja. 2. Mose 34, Der Herr, dessen Name eiferer ist, ist ein eifernder Gott, dass du nicht einen Bund schließt mit den Bewohnern des Landes. Und, wenn sie ihren Göttern nachholen und ihren Göttern opfern, man dich einlade und du von ihrem Schlachtopfer essest und du von ihren Töchtern für deine Söhne nehmest. So, und jetzt könnte man sagen, ja, die Sache ist eigentlich ziemlich klar. Ja, er durfte diese Frau nicht heiraten. Aber so einfach ist es nicht, ja. So einfach ist es nicht. Und so einfach ist es auch in deinem geistlichen Leben auch nicht, ja. Die Philister, das waren nämlich keine Kananiter, ja. Das waren keine Bewohner des Landes. Ja, das hatten wir schon beim ersten Video gesehen, dass die woanders herkamen. Und von daher konnte der Simson sagen, es ist nicht verboten. Da ist wieder der Satz, ja. Es ist nicht verboten. Immer schön an der Grenze des Erlaubten sich aufhalten. Ja, natürlich nicht. Aber Gott macht dieses Spiel irgendwie mit, ja. Nicht, weil er das gut findet, sondern weil er seinen souveränen Plan, ja, durchsetzen will. Und die Eltern lagen im Endeffekt goldrichtig, ja. Sie hatten nämlich genau den Sinn des Gebotes an sich verstanden. Nämlich, dass die Bewohner des Landes ihren Jungen, dass sie den Simson abziehen würden durch ihre Verhaltensweise und ihn dann in Sünden verwickeln würden. Und der Simson war halt nur extrem selbstsicher und hat sich gedacht, ich sage euch nicht genau, warum ich das hier mache, aber meine Motive sind geistliche Motive. Und die Sache ist, sie waren es auch, ja. Es ging nämlich nicht so sehr um die Frau. Wir wissen nämlich hinterher, dass die gar nicht so hammer aussah, ja. Die Schwester sah nämlich viel besser aus. Das sagt der Vater hinterher immer zwischendurch. Das heißt, der Simson hatte gute Motive. Er wollte nur einen Anlass suchen, um mit den Verlistern zu kämpfen. Aber da hat es ihn völlig zerrissen. Und was will ich damit sagen? Wenn du fällst, ja, dann wirft es immer erst seinen Schatten voraus. Ja, du willst, das natürlich nicht einfach so machen, ja. Aber manche Dinge lassen sich vorhersagen. Oft fällst du, weil du bei bestimmten Dingen einfach dich am Rand aufgehalten hast. Dinge, die vielleicht erlaubt waren, aber einfach nicht nützlich, ja. Anstatt ins Trainingslager zu gehen, ja, bist du nach Tinder gegangen. Anstatt Bibel zu lesen oder zu beten, bist du irgendwo auf YouTube, ja. Oder du hältst dich irgendwo in der Kirche auf und machst halt total viel rum da dumm da und so weiter, ja. Ohne, obwohl dein moralischer Standpunkt das überhaupt nicht zulassen sollte, soll es vielleicht ganz woanders sein, ja. Und andere Leute merken das auch. Sie merken, dass der Junge hat irgendwie einen falschen Appetit, ja. Dem schmecken einfach die falschen Sachen. Der spricht immer über komische Themen, ja. Der kann das vielleicht zwar alles weg argumentieren, aber irgendwie ist die Sache faul. Und vielleicht denkst du, aber das ist doch Gottes Wille, ja. Und vielleicht hat dir Gott 50.000 Zeichen gegeben in dieser Sache und trotzdem ist es falsch. Und du fragst dich jetzt vielleicht, ja, aber wie soll man denn dann Gottes Willen erkennen? Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Indem du dich vom Bösen trennst, also nicht in Timna abhängst, ja, obwohl das nicht ganz falsch direkt ist und indem du das Wort Gottes kennst, ja. Der Simson, der hätte einfach in dem Gesetz Mose lesen können, es einfach verstehen können, dass so eine Hochzeit ein No-Go ist, ja. Und Leute, wenn wir eine Sache brauchen, dann ist es das Wort Gottes. Lass uns zurückgehen zum Wort Gottes. Lass uns das Wort Gottes reichlich in uns wohnen. Das sagt die Schrift, ja. Und lass uns nicht einfach alle Sachen machen, die nicht da drin stehen, sondern lass erst mal anfangen mit den Sachen, die da drin stehen. Und dann werden wir Wunder Gottes sehen, ja. Und sehen, dass Gott wirken wird. Er wird durch dich sehr viel wirken, ja. Er wird dich benutzen, um gegen die Verluste anzukämpfen. Aber auf seinem Weg. Und das ist der Weg des Geistes. Und ob der Simson das dann macht, ja, das werden wir dann morgen sehen. Ich sage bis dann. Tschüss. Tschüss.